Freunde, was ist das denn? Seht ihr das, was ich auch sehe? Alter, oh nein, Horror-Taddeus, die Korallenseuche und die Horrorlehrerin, Freunde. Oh mein Gott, ist das wirklich du, wenn du das falsche Portal willst? Oh nein, Freunde, aber ich glaube, das wird richtig lustig und spannend, Freunde. Hallo Dandy, ich, der Meister der Horrorportale, habe Icky und Buffalo gefangen genommen. Die beiden sind in einem der Portale drin. Wähle das Richtige oder du wirst ins Gras beißen müssen. Was? Freunde, Icky und Buffalo wurden gefangen genommen und ich muss jetzt das Richtige Portal wählen. Und einmal haben wir hier Horror-Taddeus, wenn wir da reingehen, was passiert? Oh, ein Portal. Überall sind, überall hier sind Portale. Dann die Korallenseuche, Freunde. Oh nein, davor habe ich am meisten Angst, ehrlich gesagt, weil das gerade so die Krankheit ist, die auf der ganzen Welt verteilt ist. Und einmal die Horrorlehrerin. Okay, Freunde, ich würde sagen, als erstes gehen wir bei Horror-Taddeus rein und gucken, was uns da erwarten wird. Aber erstmal, hallihallo und wie geht's und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Dandy, vergiss jetzt nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Lasse jetzt ein Like da und schreib ein süßes Kommentar. Da blende ich dich ein Video an und Freunde, vielen, vielen Dank für die 50.000 Abonnenten hier auf dem Kanal. Oh mein Gott, Alter, hätte ich niemals gedacht, dass ich auf diesem Kanal jemals 50.000 Abonnenten erreichen werde. Ich bin so happy und ich würde sagen, Freunde, schaut das Video bis zum Ende, damit wir herausfinden, ob ich es schaffe, Ikki und Buffalo in einem von diesen Portalen zu befreien. Und ich würde sagen, wir gehen in den Horror-Taddeus-Portal. Ne, 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 ich bin Horror-Taddeus, komm doch rein, wenn du dich traust. Ich muss ja meine Freunde irgendwie befreien. Okay, ich geh rein, Freunde. Okay, alles ist blau und da hinten ist das Portal. Wenn wir da durchgehen, ich hab keine Ahnung, wo wir da landen, aber es werden wir jetzt herausfinden, Freunde. Drei, zwei, eins. Oh, hier ist es so kalt. Wo bin ich hier, Freunde? Warte mal, wo? Hä? Hallo? Oh, das ist ein Horror-Taddeus. Und das saust wie die große Krabbe. Warte mal, hier ist Brot drin. Ich nehme mal ein bisschen was. Dann Brot. Oh mein Gott, wir sind in der krassen Krabbe. Freunde. Rüstung. Und zwar richtig coole. Guckt euch das mal an, wie cool die aussieht. Alter. Und? Eine Laser-Gun. Und diese, ähm, die Gun aus dem letzten Video. Und wir testen mal die Gun. Oh mein Gott, Freunde. Was für eine krasse Peng-Peng. Oh mein Gott. Oh. Oh. Hilfe. Bin wohl teleportiert. Hilfe. Oh. Oh. Was? Oh mein Gott. Oh. Geht weg. Geht weg von mir. Oh. Wir sind wieder in der krassen Krabbe. Ich nehme mal wieder, ich nehme mal ein bisschen Essen. Und, Freunde. Das ist ja richtig spannend. Bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Das wird ja richtig cool. Oh mein Gott. Okay. Hallo. Bist du nett? Hi. Oh. Du bist nicht nett. Ah. Wo ist Icky? Lass Icky, lass Icky raus. Oder Buffalo. Icky oder Buffalo. Einer von den beiden ist hier gefangen in dieser Dimension. Entweder Icky oder Buffalo. Aber wer von denen... Okay. Wir gehen raus. Da sind noch mehr von diesen Horror-Taddeos. Wartet mal. Wenn das eine Horror-Taddeos-Welt ist, dann müssen wir... Und einer von den beiden hier gefangen gehalten wird, dann müssen wir zu Taddeos nach Hause. Okay. Ich habe eine Idee. Wir gehen nicht da lang. Wir gehen mal hier hinten. Hier scheint nämlich nix zu sein, Freunde. Oh, doch. Da hinten sind auch welche. Und die greifen uns auch an. Attacke! Oh mein Gott! Lasst meine Freunde frei! Nachladen! Angriff! Oh mein Gott, nachladen! Ihr werdet noch sehen, was ihr davon habt, meine Freunde gefangen zu halten! Leute, wir müssen das hier überleben! Okay, wo ist Spongebob's Haus? Da hinten ist die Ananas! Und... Weg mit euch! Lasergun! Alter, ist das cool! Wir machen das so. Okay. Lad das nochmal nach. Kommt denn die Lads nach! Oh! Eine ganze Armee! Was machen wir jetzt, Freunde? Da hinten ist Taddeos Haus und da ist bestimmt Buffel oder Icky gefangen gehalten. Wir gehen, schleichen uns mal hier entlang. Wir schleichen uns hier ran, Freunde. Okay. Oh! Überall sind sie! Moment, Ruhe! Wir müssen echt hier... Okay, die gucken mich gerade nicht an. Und die gucken mich auch nicht an. Das heißt, wir müssen nur die da besiegen, Freunde. Okay. Drei! Zwo! Eins! Attacke! Lasst meine Freunde frei! Okay, komm schon. Daddy, du schaffst es! Alter, diese Pengpengs sind so stark. Okay, komm, wir schaffen das. Und weg! Alles hier sauber. Okay, gucken wir mal kurz bei Spongebob rein, Freunde. Ist da jemand? Nein. Hier ist niemand. Okay, wir laden mal alles nach hier. Okay, wir gehen jetzt zu Taddeos rein. Lass ein Like, damit wir da reingehen sollen. Oho. Hi, hi, hi. Du hast es also geschafft, dich bis hierhin durchzudringen, Dandy. Ja, genau. Lass jetzt eine meiner Freunde frei. Ich habe Buffalo gefangen genommen. Such ihn doch hier in diesem Haus. Ist er irgendwo versteckt? Aber du musst erst mal an mir vorbei. Und das wird kein Kinderspiel. Das werden wir sehen. Und Angriff! Denn, Dandy, ich werde dich auch gefangen nehmen und einen von meinen Dienern machen. Nein! Bam, bam, bam! Du Horror-Taddeos, geh weg! Ich krieg dich! Ah, geh und gib mir einfach Buffalo und... Ja, ich freue mich. Freunde, wir haben es geschafft. Wir müssen es echt beeilen. Okay. Geh dann hier hoch. Wir gehen hoch, hoch, hoch. Buffalo, wo bist du? Hier im Badezimmer ist niemand. Ah, Buffalo, da bist du. Ich befreie dich. Ich befreie dich. Zack und zack. Oh, Buffalo. Oh, Buffalo. Let's go! Autsch. Ach, wir sind in der Stadt? Oh, wartet mal. Das ist nicht unsere Stadt. Das ist wahrscheinlich so eine Paralleluniversumstadt. Hier ist eine Kiste und da ist die Schule. Oh, Equipment! Perfekt! Und diesmal eine ganz andere Rüstung. Freunde. Oh nein, da ist die Horrorlehrerin. Da hinten, seht ihr? Oh, Leute, guck mal. Durch die Rüstung sind wir voll schnell. Wir müssen uns aber reinschleichen. Irgendwo da drinnen muss Ikki doch gefangen sein, oder? Oder ist Ikki doch im anderen Portal gefangen genommen worden? Oh, hier ist niemand. Wir suchen erstmal. Hier ist niemand. Schnell, die Horrorlehrerin ist in ihrem Klassenraum. Wir können uns schnell beeilen. Wir suchen jetzt kurz die ganze Schnurne schnell ab. Mit unserer neuen Rüstung können wir das doch alle... Hä? Wo ist Ikki? Wie kann das sein? Okay, Freunde. Wir müssen die Horrorlehrerin konfrontieren. Nur sie weiß wahrscheinlich, wo Ikki ist. Hallo, Dandy. Komm in meinen Klassenraum rein. Hallo. Wo ist Ikki? Ich habe die ganze Schule durchsucht. Hast du ihn gefangen genommen? Nein, habe ich nicht. Aber du hast meine Schule betreten. Und dafür wirst du büßen. Ich kriege dich. Gib mir Ikki! Leute, ich glaube, sie hat wirklich Ikki nicht gefangen genommen. Ich glaube, wir müssen im Korallenseuchenportal nachschauen. Oh, Flo. Ikki war nicht im Lehrerportal. Ich muss im Korallenportal nachschauen. Das ist das Letzte. Da muss Ikki gefangen sein, Leute. Lass jetzt ein Like da, damit wir Ikki befreien können, Leute. So, rein da. Ich hoffe echt nicht, dass ich krank werde oder so. Autsch. Alter, das hat jetzt wirklich wehgetan, Freunde. Wo sind wir hier? Hier ist das Kraftwerk von der Stadt. Und da ist überall diese Korallenseuche verteilt. Oh nein, die Pandemie bricht aus. Alle werden wieder krank. Ikki muss hier irgendwo sein. Und hier ist auch ein Flammenwerfer. Der ist perfekt, um Bakterien und so, ähm, um Bakterien, Freunde, auszuschalten. Bakterien können bei Hitze sich nicht weiter vermehren. Perfekt. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Nicht berühren, Alter, der ist klebrig. Ey, Duda, was willst du hier? Genau, was willst du hier? Ich bin Dandy und ich muss da rein, um einen Freund zu befreien. Kleiner, geh jetzt endlich, geh weg hier. Du nervst, das ist hier kein Spielplatz. Ihr nehmt mich nicht ernst. Okay, ich muss Icky wohl so befreien. Angriff! Nehmt den kleinen Jungen gefangen. Oh mein Gott, mal gucken, ob die den Anzüge überhaupt das aushalten können. Man sieht nicht stark. Weg mit euch. Okay, ich muss Icky befreien, Freunde. Weg mit euch! Okay, Freunde. Oh nein, die haben den Alarm gelöst. Es brennt! Ich muss die Seuche hier... Die muss brennen! Wo habt ihr Icky gefangen genommen, Frau? Wir haben die alle besiegt, Freunde. Aber irgendwo muss hier diese Korallenseuche sein. Da ist... Oh, die haben mich gesehen! Schnell verstecken! Okay, da war auf jeden Fall nicht Icky. Dann... Gucken wir mal... Hier, weil die Spur von der Seuche geht nämlich hier lang, Freunde. Und das muss irgendwas bedeuten. Wir gehen hier hin. Und... Die Tür da ist offen. Und hier ist überall Korallenseuche! Oh nein, ich muss es berühren! Ist das eklig! Das stinkt auch nicht! Da ist die Korallenseuche, Freunde. Hier muss irgendwo Icky sein. Icky! Oh, da ist Icky! Aber ich höre ihn nicht durch das Glas! Du also wirst Icky befreien? Das glaube ich nicht! Ich werde dich krank machen! Ich werde dich besiegen! Weg mit der Seuche! Angriff! Oh, er brennt! Er brennt! Oh, Feuer! Ich mag ein Feuer! Ich weiß! Genau! Das ist gut gegen die Krankheit! Ich werde dich gefangen nehmen und krank machen! Ihr nehmt das! Brennt! Und... Ich wurde besiegt! Leute, wir haben es geschafft! Jetzt nur noch Icky befreit! Oh, ich habe Icky befreit! Freunde, das war ja mal ein Abenteuer! Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst jetzt einen Daumen nach oben da! Abonniert diesen Kanal! Lasst ein Like da! Schreibt uns in den Kommentar! Und wir sehen uns dann beim nächsten Video! Tschüss!